Als Eunice Tilly Osborne, ein Dienstmädchen, unter heftigen Krämpfen und Halluzinationen litt, stellte der Dorfpfarrer William Stoughton die schnelle Diagnose, dass sie besessen vom Teufel sei. Schon bald traten auch bei anderen jungen Frauen Symptome auf, die eine Hexenjagd auslösten. Hey Derek, ich hab ne Idee. Wir fahren rechts ran und werden Jill einfach dort absetzen. Hey du Arsch! Das ist mein Baby! Hey hey, beruhig dich. Sonst findest du es doch auch nicht so schlimm, gefilmt zu werden. Lass sie. Wohin wollen sie? Die Straße ist leider gesperrt. Willst du lieber zwei Stunden den gleichen Weg zurückfahren? Stoughton Valley. Man sagt, ihr seltsames Verhalten wurde durch die Gegend hier hervorgerufen. Jill, das tut mir leid. Tut mir leid. Derek! Hey, kommt alle mal raus. Könnt ihr mit Schieben helfen? Mit diesem Ding aber nicht mehr. Hat jetzt jemand Empfang von euch? Damit wir endlich hier wegkommen. Wir kommen hier nie mehr raus. Was? Ich gehe. Ich hole Hilfe. Ich komm mit. Wir sind jetzt schon ne ganze Weile weg. Was war das? Genau wie sie sagte. Wovon redest du, Matty? Die Broschüre, die sie vorgelesen hat. Dieser Wald. Dieser verdammte Wald. Das, was hier passiert, das verursacht sich doch die ganze Zeit. Nein. Du hast es. Was habe ich denn getan? Nein, nein, nein! Untertitelung des ZDF für funk, 2017